Sie machen sich wirklich zu viele Sorgen. Immerhin sind wir allein, wir zwei. Du und ich. Was haben Sie da gesagt? Nun, ich dachte, vielleicht sollte man sich mal nicht erkennen lernen. Bei einem Essen bei Kerzen nicht zum Beispiel. Ist der Teigverstand noch agiert? Selbstzerstörung in drei Minuten. Gut. Dann dahin, woher wir gekommen sind. Keine Angst. Die wollen unsere Kids nennen. Die haben es immer noch auf unser Schiff abgesehen. Das Zerstörungssegment ist jetzt aktiv.